Also, unsere Zeitmaschine führte uns nun in das Jahr 1928. In diesem Jahr wurde die Drei-Groschen-Opera überhaupt geführt. Einige Musiknummern, die Morita von Mackie Messer, wurden wendet. Weiterhin bereits in das Jahr 1938, wo die Anthony Sisters mit Familie Bisseschön ebenfalls einweldet. Schließlich drehen wir uns unsere Zeitruhe auf die Gründungsphase der Musikabteilung zurück. Das Musical My Fair Lady entstand in den frühen 50er Jahren. Der Musikzug, damals als Spielmannzug gegründet, marschierte noch mit Trommeln und Pfeifeln. Hören Sie nun das Metalik Golden Swing Time, arrangiert von Manfred Schneider mit den bekanntesten Zwinglegenden Hello Dolly und der Haifisch der Arzene, bei mir bist du schön und in der Straße wohnst du. Hören Sie nun das Metalik Golden Swing Time, arrangiert von Manfred Schneider mit den Knudeln und Pfeifeln. Hören Sie nun das Metalik Golden Swing Time, arrangiert von Manfred Schneider mit den Knudeln und Pfeifeln. Hören Sie nun das Metalik Golden Swing Time, arrangiert von Manfred Schneider mit den Knudeln und Pfeifeln. Hören Sie nun das Metalik Golden Swing Time, arrangiert von Manfred Schneider mit den Knudeln und Pfeifeln. Hören Sie nun das Metalik Golden Swing Time, arrangiert von Manfred Schneider mit den Knudeln und Pfeifeln. Hören Sie nun das Metalik Golden Swing Time, arrangiert von Manfred Schneider mit den Knudeln und Pfeifeln. Hören Sie nun das Metalik Golden Swing Time, arrangiert von Manfred Schneider mit den Knudeln und Pfeifeln. Hören Sie nun das Metalik Golden Swing Time, arrangiert von Manfred Schneider mit den Knudeln und Pfeifeln. Musik 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 Musik